Großes Ankiffen am Brandenburger Tor. In Berlin feiern zahlreiche Menschen die Teillegalisierung von Cannabis. Hintergrund ist das Inkrafttreten des entsprechenden Gesetzes der Ampelkoalition zum 1. April. Um Mitternacht zünden die Menschen ihre Tabakmischungen an, wie es ein Sprecher der Polizei formuliert. Für mich persönlich hätte es viel weiter gehen können, aber klar bin ich erstmal zufrieden mit dem, was wir jetzt da haben, weil es bedeutet, wie gesagt, die Entkriminalisierung von mehreren Millionen Menschen in Deutschland, die sinnloserweise diskriminiert worden sind seit vielen Jahrzehnten in Deutschland. Man fühlt sich nicht mehr so unter Druck gesetzt oder muss sich immer verstecken. Die Menschen wurden viel zu sehr kriminalisiert für eine Nichtigkeit. Ob du dir die Birne wegsäufst oder kiffst, es macht keinen Unterschied, wir brauchen keine Restriktionen. Kritiker warnen vor den gesundheitlichen Folgen der Cannabis-Freigabe. Das Bundesgesundheitsministerium verweist darauf, dass Cannabiskonsum gefährlich sei, besonders für Jugendliche und junge Erwachsene. Laut dem nun in Kraft getretenen Gesetz dürfen Volljährige unter Einschränkungen Cannabis mit sich führen und auch selbst anbauen. Verboten ist der Konsum in unmittelbarer Gegenwart von Minderjährigen und in der Nähe von Schulen, Kitas und Sportstätten. Auch das Führen eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinfluss ist verboten.